In Bezug auf Glücksspiel denke ich, ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass dadurch, dass das Angebot einfach in Zukunft zunehmen wird und es in immer mehr Lebensbereichen angeboten wird, es einladend gestaltet ist, vielleicht auch verharmlosend dargestellt wird, wenn man mehr Menschen kennt, die vielleicht auch mal spielen, man durchaus einfach vielleicht auch das Risiko nicht auf den ersten Blick erkennt, was in dem Glücksspiel tatsächlich auch drinsteckt, dass man einfach auf sich selber aufpassen muss, wenn man Glücksspiele spielt, wenn einem Glücksspiele überall begegnen, dass es doch kein Suchtmittel ist und dass es letztendlich nicht wirklich einen gefahrlosen Konsum auch gibt, sondern dass es immer, immer ein Risiko gibt, sich in diese Faszination reinzurutschen von Gewinnen und Verlusten, nicht zu merken, wenn die Verluste dann doch zu hoch werden oder die negativen Konsequenzen zu spät einfach wahrzunehmen. Also letztendlich, glaube ich, geht es darum, dass jeder Einzelne für sich dieses Risiko durchaus bewusst machen muss, was einem nicht auf den ersten Blick durch die Werbung suggeriert wird, sondern eher das Gegenteil.